Musik Zur Zeit sind zwei Themen hochaktuell. Die neue Frühlingsgarderobe und dieses Jahr ein bisschen später als auch schon die Osterhose. Beides gibt es natürlich wie immer bei GOP. Modisch aktuell Sainte, traditionell fein und süss Sandri. Musik 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 Auf die aktuellen Modetrends abgestimmt sind auch die Avela Strumpfhose, die Ihnen GOP zur Zeit und zwar ein ganzes Sortiment besonders günstig anbietet. Uns hat es interessiert, wie die feinen und doch sehr strapazierfähigen Accessoires eigentlich entstehen. Auf diesen modernen Hochleistungsstrumpfautomaten entsteht aus feinstem Garn alle drei Minuten ein paar Avela Strumpfhosen. Aus einzelnen Strumpfen zwar noch und bei der Zeche offen, aber schon mit dem Hosenteil und mit eingestrickter Fersen. Musik Die Maschine schliesst zuerst die Fussspitze und näht dann die beiden Strumpfteile zu der eigentlichen Strumpfhose zusammen. Erst jetzt werden die Rohling je nach Bedarf so gefärbt, wie es die aktuellen Trends verlangt. Und diese Anlage verpasst die Strumpfhose anschliessend und dampft ihre blubende Form. Die Saison haben, wie gesagt, zur Zeit auch die Jockeyhase. Gerade reihenweise verlassen sie bei Arne Konfisserie und suchen sich ein sicheres Versteck. Früher oder später werden sie dann aber doch entdeckt, seien sie noch so hell, noch so dunkel, noch so verziert und noch so klein. Wie jede Woche jetzt ein paar Tipps aus der Studioküche. Guten Abend. Im Laufe unserer Reihe mit Fitnessrezept habe ich schon ab und zu auf die Bedeutung der Zwischenmahlzeiten hingewiesen. Heute wieder mal ein paar Ideen. Als Unterlage für die Aufstriche, die Sie sehen, nehme ich Waliser Roggenbrot. Eine der vielen Spezialsorten, die es bei Coop jeden Tag frisch gibt. Für vier Personen ein Avocado halbieren und einen Stein. Das Fruchtfleisch rauslösen und zusammen mit wenig Zitronensaft mit dem Stabmixer pürieren. Diese Masse mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen und dann zwei Drittel vom Cottage Tees darunter ziehen. So. Das Brot damit bestreichen, mit dem Rest vom Cottage Tees garnieren und sofort servieren. Weitere Beispiele für gesunde und abwechslungsreiche Brotaufstriche, wie die lustigen Beispiele hier, finden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung. Und ich kann Ihnen fast garantieren, dass keine Reste bleiben werden. Für die Arbeit oder für zu Hause, offeriert Ihnen Coop, Herren, Siti und Freizeit-Temper in verschiedenen Dessins für nur 17 Franken. Zwei Fultbom-Chips, Natur oder Paprika kosten jetzt 3,90. Zwei Pakete Goldstahl-Schinkengipfeli gibt es für nur 5,50. Sheba, Katzenvollnahrung in 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen für nur 90 Rappen. Und 500 Gramm Brüsseler Schickorei aus Belgien gibt es bei Coop für nur 1,20. Und das ist Coop-Jubiläumsangebot. Süße Arnie Osterhase für nur 3 Franken. Bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, da noch rasch hinweise an alle unsere Zuschauer, die im Einzugsgebiet von Coop-Basl-ACV wohnen. In Kaiseraugst wird nämlich morgen das Hobbyland ein völlig neues Verkaufskonzept, bestehend aus 3 Fachmärten für Unterhaltungselektronik, Elektronik und Elektro-Zubehör, für Sport- und für Heimwerkbedarf eröffnet. Im Rahmen dieser Eröffnung gibt es im Hobbyland in Kaiseraugst eine Reihe von Veranstaltungen, wie Wettbewerb, Show und Unterhaltung. Nur schon wegen dem lohnt sich ein Zug. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und heute noch einen schönen Abend.